Ich sitze hier vor meinem Computer. Ja, nicht irgendein Computer, sondern ein Apple-Computer, ein iMac. Apple, die Computerfirma meines Vertrauens. Und ich gebe da was ein im Browser, in Safari nennt sich der Browser. Barfuss Auto fahren. Barfuss Auto fahren. Und ich kriege da ganz viele Ergebnisse zum Thema Barfuss Auto fahren. Ja, und ich bin jetzt hier auf einer Seite, Advopedia, so einer Advokatenseite. Also einer, der es wissen muss, da steht, gestern kam ich in eine Polizeikontrolle. Als der Beamte dabei sah, dass ich barfuss am Steuer sass, erklärte er mir, dass ich mich gerade strafbar gemacht hätte. Das kann doch nicht wahr sein. Darf mir jetzt sogar schon vorgeschrieben werden, was ich in meinem Auto anziehen darf und was nicht? Wenn man bei Google also nach Barfuss Autofahren sucht, dann erhält man ganz viele Rückmeldungen. Also ein Zeichen, dass das ein Thema ist, welches interessiert. Da scheint es viele Menschen zu geben, die gerne Barfuss Auto fahren. Ich gehöre auch dazu. Und ich fahre nur Barfuss Auto. Aber wie ist es denn jetzt mit dem Barfuss Autofahren? Ich habe hier bei BR.de, der bayerische Sender, Folgendes gelesen. Verboten ist das nicht, doch kommt es nachweislich dadurch zum Unfall. Etwa weil das Bremspedal sich barfuss nicht richtig drücken liess, wird ein Bußgeld fällig, warnt der ADAC. Wird bei dem Unfall gar jemand verletzt, kann sogar ein Strafbefehl folgen und auch Probleme mit der Versicherung sind nicht auszuschliessen. Dann bei der Berliner Zeitung finde ich Folgendes. Es gibt zwar kein generelles Verbot, Barfuss oder mit Badelatschen Auto zu fahren, sagt Unfallexperte XY vom TÜV. Die Strassenverkehrsordnung mache auch keine speziellen Vorgaben in Bezug auf das Schuhwerk. Dennoch rate ich grundsätzlich davon ab, wer barfuss oder mit Badesandalen hinterm Steuer sitzt, könne möglicherweise in einer Gefahrensituation, etwa bei einer Notbremsung von den Pedalen, abrutschen. Ich gucke noch weiter. Hier bei meiner heimischen Zeitung, der Aargauer Zeitung, habe ich auch etwas gefunden. Verboten ist das Fahren ohne Schuhe oder mit Flipflops nicht grundsätzlich. Problematisch ist es aber, weil man leicht vom Pedal abrutschen kann. Nach Strassenverkehrsgesetz muss ein Lenker sein Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. Im Klartext bedeutet das, ist ein Unfall auf ungeeignetes Schuhwerk zurückzuführen, droht eine Strafanzeige. Sie schreiben, das Barfussfahren ist aber trotz der Gefahr relativ verbreitet. In einer Umfrage im Auftrag des Vergleichsdienstes Comparis gab jeder Dritte an, es sei schon mal barfuss mit dem Auto gefahren. Immerhin, es hat sich etwas verbessert. Vor einigen Jahren, wenn man nach Barfussautofahren gesucht hat, da liest oder las man sehr oft, dass das verboten sei. Das hat sich immerhin verbessert. Ja, es ist wirklich nicht verboten. Die Gesetzeslage ist eindeutig. Man lese dazu Artikel 31 Absatz 1 der Strassenverkehrsordnung. Der Führer muss das Fahrzeug ständig so beherrschen, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen kann. Wer wegen Alkohol, Betäubungsmittel oder Arzneimittel Einfluss oder aus anderen Gründen nicht über die erforderliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verfügt, gilt während dieser Zeit als fahrunfähig und darf kein Fahrzeug führen. Und der Führer hat dafür zu sorgen, dass er weder durch die Ladung noch auf andere Weise behindert wird. Mitfahrende dürfen ihn nicht behindern oder stören. Vor diesen paar Jahren, ja, da stand irgendwo oder vielfach geschrieben, Autofahren, das Verlangen nach festem Schuhwerk. Das steht in keinem einzigen Gesetzestext hier in der Schweiz. Das steht auch nicht in Deutschland und das steht auch nicht in Österreich. Also, es ist grundsätzlich laubt, barfuss Auto zu fahren. Man darf also ohne Schuhe fahren und man darf auch mit jedem Schuhwerk fahren, auf welches man gerade Lust hat. Man darf also auch mit Skischuhen fahren, wenn man das unbedingt machen muss. Wenn man in eine Polizeikontrolle kommt, wie beim Beispiel bei dieser Advokatenseite, kann man daher wegen barfüssigem Autofahrens nicht gebüsst werden. Denn nicht der Polizist entscheidet, wie die persönliche Sortfallspflicht des Fahrers auszusehen hat, sondern der Fahrer selber. Somit ist grundsätzlich auch das Fahren mit Flipflops, mit hohen Absätzen oder auch mit Skischuhen erlaubt. Möchte einem ein eifriger Polizist dennoch eine Busse geben, einfach auf Artikel 31 verweisen. Sollte der Polizist aber belehrungsresistent sein oder einfach Artikel 31 nicht kennen, dann gibt es nur eines, dann muss man gegen die Busse Einspruch einreichen. Was bedeutet aber genau persönliche Sorgfaltspflicht? Die persönliche Sorgfaltspflicht hat viel mit gesundem Menschenverstand zu tun. Mit Flipflops, Schuhen mit hohen Absätzen, also Schuhe, die Frauen gern anhaben, oder auch mit Skischuhen zu fahren, das ist definitiv gefährlich. Flipflops sind ein loses Schuhwerk, welches nicht wirklich am Fuss kontrolliert werden kann. Der Flipflop rutscht mal links oder rechts weg und man kann sich auch verheddern, sodass man im dümmsten Fall zu wenig Reaktionszeit zur Verfügung hat, wenn man bremsen muss. Ähnliches gilt bei Schuhen mit hohen Absätzen. Hier fehlt die Bewegungsfähigkeit der Füsse entscheidend. Das schnelle Umsteigen von einem auf das andere Pendel kann zum Problem werden. Der Absatz bleibt vielleicht noch am Teppichboden hängen. Also auch das keine gute Sache. Zu Skischuhen sage ich mal nichts. Das sollte, glaube ich, allen klar sein. Vor zwei Jahren übrigens hat eine Fahrerin in der Ostschweiz einen Unfall gebaut, weil sie mit den Riemen ihrer Sandalen am Gaspedal hängen blieb und nicht mehr bremsen konnte. Deswegen wurde sie auch wegen Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht verurteilt. Ja, ich glaube aber, dass diese Frau mit dem richtigen Anwalt Chancen gehabt hätte, eine Verurteilung abwenden zu können. Ich vermute aber einfach, dass sie ehrlich war, eine ehrliche Haut ist und einfach gesagt hat, was geschehen ist, dass sie da hängen geblieben ist. Wenn sie das nämlich nicht erwähnt hätte, wenn sie gesagt hätte, ja irgendwie das Pedal habe geklemmt oder so, dann hätte sie wahrscheinlich keine Busse erhalten. Wenn ich barfuss Auto fahre, dann habe ich keine Sandalenriemen, ich habe keine Absätze und ich habe auch keine schweren Füsse oder so, ich habe auch keine, ja, Dinger, die mir da umherrutschen. Nö, barfuss Auto fahren birgt keine solche Risiken. Da man nichts an den Füssen hat, ist man beweglich, man kann nirgends hängen bleiben und man hat ein ausgezeichnetes Gespür für den Druck auf die Pedale. Zudem ist es extrem bequem. Ich behaupte sogar, dass geübte Barfussfahrer besser, feiner und energiesparender unterwegs sind als beschute Autofahrer. Da ich in meinem Blog auch viel zum Thema Wandern schreibe, noch ein Wort zu Wanderschuhen. Es gibt ja gerüchteweise Menschen, welche zum Wandern Wanderschuhe anziehen. Warum auch immer, aber es gibt solche. Wanderschuhe sind in meinen Augen ebenfalls nicht geeignet zum Autofahren. Wanderschuhe sind meistens knöchelhoch und wenig beweglich. Also lasst bitte die Wanderschuhe im Kofferraum verschwinden und fahrt gefälligst barfuss nach Hause. Aber Schuhe sollte man dennoch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, immer dabei haben. Und zwar am besten auf dem Boden beim Beifahrersitz. Denn sollte es wirklich mal zu einer Kollision kommen, dann kann es vorteilhaft sein, beim Aussteigen nicht über Glasscherben oder sonstige Trümmerteile steigen zu müssen. Also für solche Notfälle habe ich immer Schuhe beim Mitfahrer unten beim Sitz mit dabei. Ja, woher kommen denn diese Meldungen, diese teilweise falschen Meldungen? Auf einem bekannten Vergleichsportal findet man folgenden Text. Geschieht ein Verkehrsunfall und ist ungeeignetes oder fehlendes Schuhwerk die Ursache, muss der Autofahrer mit einer Strafanzeige und einem möglichen Ausweisentzug rechnen. Und mit Badeschlappen oder Barfuss rutscht der Barfuss leicht vom Pedal, ausserdem ist kraftvolles Bremsen beeinträchtigt. Und diese Textpassage, die liest man fast überall. Ja, da wird einfach abgeschrieben. Es wird abgeschrieben, aber nicht abgeklärt und vor allem auch nicht nachgedacht. Ist das wirklich so? Das Auslösen eines Verkehrsunfalles könnte tatsächlich falsches Schuhwerk sein. Das Beispiel der mit Sandalen fahrenden Frau aus der Ostschweiz zeigt das ja klar auf. Doch, wie beweist man so etwas? Wenn jemand einen Auffahrunfall macht, da spielt es keine Rolle, ob er das mit Schuhen oder ohne Schuhe gemacht hat. Ja, weil er ist zu nahe aufgefahren, vermutlich. Das ist das Problem. Und nicht die fehlenden Schuhe. Die fehlenden Schuhe, die haben ja nichts mit dem Abstand zum vorausfahrenden Auto zu tun. Also, das ist eher der Kopf, der hier nicht funktioniert hat, dass man zu wenig Abstand eingehalten hat. Oder wenn jemand einem Fahrradfahrer den Vortritt nimmt, auch mit festen Schuhen an den Füssen, hätte man diesen Unfall nicht verhindern können. Gerade beim barfüssigen Autofahren ist es also besonders schwer, einen Unfall wegen fehlendem Schuhwerks zuzuordnen. Welche Situationen soll es somit geben, in der das barfüssige Autofahren schuld sein soll? Ich kenne keine. Es steht auch geschrieben, dass man barfuss vom Pedal abrutschen kann. Ich fahre seit vielen Jahren barfuss Auto und ich bin noch nie, noch nie vom Pedal abgerutscht. Mir ist schleierhaft, wie das gehen soll. Ja, solche Dinge werden nur von Leuten geschrieben, die selber noch nie barfuss mit dem Auto gefahren sind, denn sonst wüssten die das. Das ist nicht möglich. Ich habe ja keine Ölschicht unten an meinen Fusssohlen. Also ich streiche meine Fusssohlen nicht vor dem Autofahren mit Sonnencreme ein oder so. Das mache ich ja mit meinen Schuhen auch nicht. Also ich rutsche nicht ab. Also ich weiss nicht, wie das gehen soll. Ja. Sogar wenn ich im Regen bin und aus dem Regen ins Auto steige, ähm, ja, dann sind meine Füsse auch nicht rutschig. Ich weiss nicht, es geht irgendwie nicht. Dann noch der Punkt des kraftvollen Bremsens. Heutzutage gibt es in fast jedem Auto Bremskraftverstärker. Das ist Art of the State oder State of the Art. Das ist einfach so. Neue Autos haben Brems, haben zusätzlich auch noch Bremsassistenten. Man muss die Bremsen nicht mehr wie ein Monster durch das Bodenblech drücken, wenn man eine Vollbremsung machen muss. Ich habe dies übrigens auf einer Teerstrasse hier bei mir in der Gemeinde getestet. Wir haben hier eine Teststrecke. Ich konnte barfuss mindestens genauso gut bremsen wie mit Schuhen. Barfuss war meine Reaktionszeit sogar noch etwas besser, da ich schneller auf die Bremsen wechseln konnte. Also mit der Bremskraft, da hat barfuss definitiv auch nichts zu tun. Vielleicht bei ganz alten Autos, bei Oldtimern oder so, welche noch keine Bremskraftverstärker haben. Ja, dort muss man schon stark drücken. Aber ich behaupte, auch das ist barfuss problemlos möglich. Wenn man barfuss autofahrend einen Unfall baut, das kann es ja geben und die Barfüssigkeit deswegen zum Thema wird, da musst du keine Angst haben. Die Versicherung wird die Kosten dennoch übernehmen müssen. Erstens steht in der Verkehrsordnung nicht, dass man nicht barfüssig Auto fahren darf. Zweitens ist auch nicht geregelt, was eigentlich das Einhalten der Sorgfaltspflicht bedeutet. Und drittens muss zuerst noch bewiesen werden, dass man den Unfall wirklich wegen Barfüssigkeit verursacht hat. Und das musst nicht du beweisen, sondern das muss der Ankläger beweisen. Und ob dies grob vorlässig ist, das muss doch angezweifelt werden. Wenn man all diese Fakten anschaut, muss man sich die Frage stellen, ob es nicht besser wäre, wenn das barfüssige Autofahren zur Pflicht würde. Viele Schuhe haben einen Schuhbendel. Die Chance, dass sich der Schuhbendel verheddert oder man versehentlich draufsteht und dann nicht zum Bremspedal rüberkommt, ist deutlich grösser, als barfuss vom Pedal abzurutschen. In diesem Sinn, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Macht euch keine Sorgen. Fahrt barfuss, so oft ihr wollt. Ja, fahrt nur noch barfuss, dann macht ihr wirklich das Beste beim Autofahren. Das ist ein Podcast von barfussschweiz.ch Ich habe schon einige Podcasts veröffentlicht, die werden auch sehr gerne angehört. Vielen Dank, dass ihr hier mit dabei bleibt. Ich hoffe, ich kann euch immer wieder ein paar Informationen mit auf den Weg geben, auch auf diese Art und Weise, in gesprochener Form. Ich bin ein, ich habe das schon mal gesagt, ich bin ein Podcast-Fan und deswegen mache ich auch solche Podcasts jetzt selber für euch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn positiv bewerten würdet. Ich nehme auch gerne kritische, aber auch positive Feedbacks entgegen. Aus den kritischen werde ich sicher noch etwas lernen können. Man kann ja immer lernen. Und eine Reaktion würde mich also freuen. In diesem Sinn wünsche ich euch alles Gute, viel Liebe und ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Der Barfuss-Podcast für barfüssige Zuhörerinnen und Zuhörer und solche, die es unbedingt noch werden wollen.